Lippersdorf gegen Freiberg 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 Schau, schau, schau. Führung 1-0 verdient. Sehe ich auch so. Wie geht es weiter? Ja, 3-0 gewinnt. Schieße. Alles Ball. Schieße. 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 Wir müssen mal ein bisschen lüften. Wir machen jetzt den Softer und dann schießen wir gleich noch hin. Zumachen. Zwei, zwanzig. Da war nichts drin, das ist unser Ursprung, wir haben angefangen da zu trainieren, da hat es angefangen alles. Sie waren heute besser und wenig gewonnen heute, gar keins. Da ist für uns nur noch mehr Elan am nächsten Spieltag, um so mehr zu gewinnen. Nicht auch so. Genau. Danke und alles Gute. Alles Gute.